Hallo miteinander, hier ist Edi von Isedin Fotografie und heute gibt es ein Video zu dem neuen Filterhalter von Haida. Das Fotokästchen hat mich gebeten ein Video dazu zu machen und dem komme ich natürlich sehr gerne nach. Alle, die sich mit Landschaftsfotografie beschäftigen oder intensiv mit Landschaftsfotografie beschäftigen, kommen früher oder später dazu Filter zu brauchen, sei das Polfilter, Verlaufsfilter, Graufilter usw. Viele Nikon Landschaftsfotografen benutzen auch das Nikon 14-24mm. Genau für dieses Objektiv gibt es jetzt einen neuen Filterhalter von Haida und ich möchte euch mal ein paar Features davon zeigen, damit ihr euch ein bisschen ein Bild machen könnt. Was mir als erstes aufgefallen ist, sind hier, jetzt muss ich schön schauen, dass wir das richtig sehen, ich hoffe man sieht es ein bisschen im Bild, sind hier diese kleinen Zähnchen, vier Zähnchen rundherum, die sind dazu da, dass man den Filter richtig positionieren kann. Um ihn darauf zu montieren, ist es eigentlich relativ simpel, man hat hier so einen Ring, den man aufschrauben kann und tut dann nachher eigentlich direkt aufs Objektiv. und wichtig ist, dass die vier Zähnchen da hinten, schön eigentlich da in die Bucht rein kommen, weil sonst sind wir da zu weit vorne, wenn wir das so machen, dann ist der Filter nicht schön stabil drauf. Darum schön rein tun, da kann man das hier anschrauben und es gibt dann noch so eine kleine, so ein kleines Schraubchen, steht sogar Security Lock und da kann man das eigentlich drischrauben, so, dass man nachher nicht aus Versehen da etwas drauf schrauben und das dann nachher nicht das ganze Zeugs hier an Boden gibt, das wäre ja schade. Das ist das erste Feature, das ich gerade gesehen habe, das mir noch gut gefallen hat. Das zweite ist der magnetische Polfilter und zwar kann man da eigentlich ganz easy drauf tun, man kann das ganze Teil hier wegnehmen, indem man einfach da hier zieht und dann ist eigentlich der Ring da weg, die Halterung ist nach wie vor da oben. So, um den Polfilter drauf zu tun, muss man eigentlich nichts anderes machen als den Polfilter dann, möglichst nicht da drittöpeln, ich weiss nicht, ob man das überhaupt erkennt da mit dem Polfilter, wenn ich da drehe, ja man kennt es nicht so. Auf jeden Fall kann man den da drittöpeln und den schnappen zu, dann kann man es umdrehen und den schnappen nicht raus. Um ihn wegnehmen, legt einfach ein kleiner Druck irgendwo am Rand und dann ist er wieder draussen. Ich mache ihn jetzt mal kurz rein, montiere das Ganze hier wieder, dann seht ihr auch wie das Ganze hier aussieht. Einfach, jetzt haben wir verkehrt drinnen, einfach von der einen Seite reinfahren, da hat es nämlich auch wieder zwei so Zähnchen, links, rechts, damit ihr das eben auch hebt, schön reinfahren, dann hält das auf der anderen Seite kurz ziehen und dann hält das eigentlich tiptop. Jetzt, um den Polfilter zu drehen, muss man da nicht innen rumtöpeln, das finde ich eigentlich auch noch recht cool gelöst, sondern man hat da zwei Zahnrädchen, also man kann auch nur eins drehen oder beide, je nachdem wie ihr wollt. und da kann man den Polfilter nachjustieren, je nachdem wie man ihn braucht, für den Himmel oder für das Wasser, zum Reflexionen wegnehmen und so weiter. Genau, das ist so die zweite Stufe, man kann natürlich auch ohne das Teil fotografieren. Und dann braucht man vielleicht dann zum Beispiel noch einen Graufilter. Ich kann jetzt hier zum Beispiel einen 64er Graufilter, also sechs Blendenstufen tünkler machen. Und da jetzt zwei so Schlitzchen, also man kann zwei verschiedene Filter rein tun oder übereinander tun. Und da kann man die einfach reingeleiten und dann hält das schon. So, man muss nichts mehr machen. Hört. Jetzt ist keine Magic. Genau. So, jetzt hat man da vielleicht den Graufilter drauf. Man tue ja den in der Regel als erstes drauf. Und möchte jetzt da vielleicht noch einen Verlaufsfilter drauf tun. Und da kann man dann einfach in den zweiten Slot rein tun. Und da kann man dann aber auch justieren, wie man will. Das ist eigentlich die ganze Hexerie. Also ihr seht, es ist ein funktionelles cooles Ding. Einfach zu bedienen. Und ja, mir gibt es eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Hier rein. Oder wendet euch direkt an Markus vom Fotokästchen. Aber ihr seht, das System ist sehr einfach zu handeln. Dann kann man den Kohlfilter am besten wieder versorgen, wenn man ihn nicht braucht. Das hier kann man wieder draufpappen. Und um sie wegnehmen, auch wieder Schrauben lösen. Drehen. Und weg ist das Ding. Alles in allem, eben, das coolste Ding. Ähm, ja, das wärs eigentlich schon gewesen. Kurz, bündig, knackig. Danke fürs Zuschauen. Habt's gut und einen schönen Tag miteinander. Tschüss. Tschüss. Solltealted. буду gen même hier��는 Tags实 psychologist zu beten.